Ich bin Sascha Degione und CEO und dem Verwaltungsrat von dem Schweizer IT-Hersteller Prime Computer. Wenn mich jemand fragt, was ich eigentlich mache, dann antworte ich meistens darauf, dass ich Geschäftsführer bin von einem Schweizer Unternehmen, die Computer herstellen, die zum einen verdammt gut aussehen, langlebig sind, kosteneinsparend, dadurch, dass sie energieeffizient für Unternehmen sind. Und zu guter Letzt, wenn man all dies zusammennimmt, machen wir dadurch die Welt ein Stückchen besser. Wir glauben stark daran, dass das, warum wir etwas tun, das, was wir tun, bestimmt. Ich finde, wenn man ein Auge dafür hat, dass gewisse Details extrem wichtig sind und nicht nur ein Produkt, was gut ist, auf den Markt bringt, sondern das auch noch mit Design und Raffinesse in den Formfaktor reinbringt, dann hat das sehr starke Attribute, sowohl fürs Auge als auch für das Gefühl. Die Schweiz ist ein kleines Paradies für sich. Man hat eine sehr hohe Lebensqualität und man spürt sichtlich die Luft, die dort herrscht. Und die Schweiz hat auch ein sehr hohes Bewusstsein für Qualität. Das merke ich vor allen Dingen auch bei meinen Mitarbeitern. Die Welt verändern, das ist schon eine sehr große Formulierung. Ich fühle meinen Teil dann glücklich, dass wir Produkte entwickeln, mit denen wir zumindest die Weichen dafür stellen.